Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wir müssen oft Entscheidungen treffen in unserem Leben. Oft haben wir die Klarheit und wir treffen schnell die richtigen Entscheidungen. Es gibt manchmal aber Situationen, wo wir ganz schön rotieren und eine falsche Entscheidung führt uns zum falschen Weg. Oder eine falsche Entscheidung kann uns sogar in eine Sackgasse führen und dort einen Ausweg zu finden, ist gar nicht einfach. In dieser Situation ist ein guter Rat natürlich Gold wert. Es sind aber nicht nur Entscheidungen in unserem Leben, sondern Veränderungen. Und hier handelt es sich auch nicht immer um schicksalshafte Veränderungen, sondern im Alltag. Und dann kommen Fragen oft wie Liebt er mich noch? Kommt er zurück? Sehe ich ihn am Wochenende? Wird er sich trennen? Hat er Interesse an mir oder möchte nur Freundschaft? Kann ich die Arbeit behalten? Oder wäre es besser, vielleicht eine neue Arbeit suchen? Kann ich meiner Freundin vertrauen? Oder ist mein Kollege ehrlich zu mir? Soll ich diese Ausbildung machen? Wie ist es mit der Wohnsituation? Werde ich umziehen? Und, und, und. Es sind auch wichtige Fragen im Leben. Ich als Beraterin kann ich diesen Fragen beantworten. Diese Art von Beratungen, bei Entscheidungen zu treffen oder für eine kurze Frage eine schnelle Antwort, nenne ich diese Art von Beratungen als Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein E-Mail-Adresse. Sie können Ihre Lebenssituation ausführlich beschreiben. Ich nehme auch die Zeit dafür. Aber bitte nur eine Frage stellen. Ich werde diese Fragen persönlich beantworten. Blitzschnell. Das Ganze kostet 10 Euro. Und ein guter Rat ist natürlich auch Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.